Er setzt sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Fehlentwicklungen in unserem Finanzsystem auseinander. Also schon viel länger, als es die AfD überhaupt gibt. Er ist Initiator der international viel beachteten Bürgerinitiative Holt Unser Gold Heim. Nicht zuletzt diese Initiative hat die Deutsche Bundesbank dazu veranlasst, jedenfalls ungefähr die Hälfte der deutschen staatlichen Goldreserven wieder ins eigene Land zu holen. Heute ist er einer unserer prominenten Abgeordneten im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des mächtigen Haushaltsausschusses. Begrüßen wir nun unseren Hauptredner des heutigen Nachmittags. Begrüßen wir Peter Böhringer. Liebe Münchner, liebe Parteifreunde und auch liebe Kritiker, Ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich heute am ersten Wiesentag, soweit Ihr zu einem konstruktiven und friedlichen Dialog Willens seid. Dann alle herzlich willkommen. Ein paar müssen noch überzeugt werden. Deshalb begrüße ich jetzt zuerst doch sozusagen generisch die sogenannte Antifa. die es zwar auch heute mal wieder nicht geschafft hat, eine Gegendemo anzumelden, wie das eigentlich Vorschrift wäre, und trotzdem von der Stadt München, grün-schwarz-rot regiert, so nah an unsere friedliche, konstruktive Fachdemo herangelassen wurde, dass ich leider schreien muss. Dass wir alle schreien müssen. Das ist das Demokratieverständnis dieser Menschen. Ja gut, wir hören es ja. Also, ihr habt es schon bewiesen, aber ich erzähle ja noch mehr. Ich rede ja mit Euch. Die AfD repräsentiert 12 Millionen Menschen. 12 Millionen. Wir sind bereits heute die zweitgrößte Partei in Deutschland. Und diese Art der akustischen Wählerbeschimpfung von 12 Millionen Menschen, was ihr in diesem Moment macht, und dass das zugelassen wird, entgegen Artikel 8 Grundgesetz, das wirft ein Bild nicht nur auf Euch, sondern auf die Stadt München. Ein schlechtes. Das ist nicht nur undemokratisch, sondern in meinen Augen eindeutig grundgesetzwidrig. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn bräuchte? So, und wer sind denn nun diese Herrschaften mit ihren schönen, bunten Plakaten? Wer sind sie denn? Die hier dahinten krakehlen. Wer seid ihr denn? Es sind Leute, die sich über Indie-Media organisieren. Eine Seite, die längst verboten ist und trotzdem noch online ist. Auch das sagt ja schon viel aus. Eine Antifa-Seite der Grünen, der Linken und der Anarchisten. Also der militanten Anarchisten, um nicht falsch verstanden zu werden. Es gibt auch friedliche Anarchisten. Aber nicht diese. Gaspistolen an die Schläfen steht auf Indie-Media. Das sind die Leute. Das ist das Geisteskind. Das sind die sogenannten bürgerlichen. Lächerlich. Wir sind hier die bürgerlichen. Wir glauben noch. Wir vertreten noch die Nation und die Marktwirtschaft. Beides sind die zwei Hauptsäulen neben dem Humanismus, auf dem diese Republik und Gesellschaft gegründet ist. Und ihr, ihr vertretet alles, nur keinen Humanismus. Ralf Stegner ist einer der geistigen Brandstifter dieser Szene. Er forderte neulich seine Antifa-Schläger dazu auf, das Personal der AfD zu attackieren. Wohlgemerkt ein AfD-Vize-Vorsitzender. Und ihr habt nichts Dümmeres zu tun, als Nazis rauszubrüllen. Es ist orwellianisch schwachsinnig, was ihr gerade macht. Wieder mal. Weil ihr nicht bis drei denken könnt, weil ihr keine Ahnung von der Verfassung habt, wobei ihr noch nicht mal wisst, was eigentlich bunt ist. Es sind diese ach so demokratischen Kräfte, die nichts Besseres zu tun haben, als völlig undemokratisch diese Dämonie wieder zu brüllen. Und das geht hin bis zum konkreten Mordaufruf. Ich wiederhole das. Es gab und gibt ganz aktuell mehrere Mordaufrufe gegen alle AfD-Referenten und vor allem insbesondere gegen die der heutigen Veranstaltung. Das glauben Sie nicht? Dann schauen Sie ins Internet. Und zwar noch in diesem Moment auf der Seite. Arsch hoch gegen rechts. Facebook, Arsch hoch gegen rechts. Da können Sie jetzt in diesem Moment reinschauen. steht ein Aufruf gegen diese Demo. Und dort unter dem Logo München ist bunt, dieses Logo, das hier hinten so unschön prangt, steht drunter ein Kommentar von diesem Sympathieträger, von diesem Sympathieträger, der sich auf Facebook geoutet hat. Vielleicht steht er da hinten irgendwo. Und er schreibt auf dieser Seite des Facebook, alle ertränken, alle Referenten ertränken. Das wäre es dann gewesen. Was ist das denn? Ist das Humanismus? Ist das legal? Nein, es ist glatt illegal. Und ich fordere Sie jetzt alle in diesem Moment auch, sich von diesem Post zu distanzieren. Denn bis jetzt hat sich niemand es für nötig gehalten, diesen Post zu löschen. Weder Facebook selbst, das ach so neutrale Facebook, noch die aufrufende Seite Arsch hoch gegen rechts, kein Rassismus, noch die Seite München ist bunt, unter deren Logo dieser Mordaufruf steht, gegen diese Veranstaltung. Schämt euch, ich gebe dieses Plakat, das gegen uns gerichtet ist, eins zu eins zurück, schaut in den Spiegel und schämt euch alle selbst. Das ist das. Und ihr könnt euch distanzieren. Sie können insbesondere die wenigen wirklich Bürgerlichen da hinten, ihr könnt, sie können sich distanzieren von diesem Mordaufruf, indem sie jetzt entweder rausgehen aus dieser Demo, dieser Gegendemo der Illegalen und ganz rausgehen oder hier reinkommen oder in diesem Moment das Gegröle einstellen. Wer das nicht tut, der wird mitverhaftet beziehungsweise ist implizit verantwortlich für diesen Mordaufruf. Wer jetzt also noch weiter grölt, ist an dieser Stelle ein Mittäter. Außerdem fordere ich natürlich, selbstverständlich, die Staatsanwaltschaft auf, diesen Post, und ich zeige Ihnen gerne nochmal, wir haben das der Polizei und der Staatsanwaltschaft bereits zur Verfügung gestellt, ich fordere die Staatsanwaltschaft auf, von Amts wegen, ohne eine Anzeige, das braucht es nicht, es ist eindeutig ein Mordaufruf, hier muss von Amts wegen verfolgt werden, der Mensch war dumm genug, sich vermutlich nicht anonym ins Netz zu stellen und wenn, wäre es überhaupt kein Problem, über Facebook, über ein Facebook-Account, das heutzutage nicht mehr anonym geht, fast nicht mehr, diesen Menschen ausfindig zu machen. Und wir werden nachverfolgen, ob Holger N., ich sage an dieser Stelle nicht seinen vollen Namen, ob dieser Sympathieträger mit der Schläger-Visage, ob dieser Mensch auch wirklich eine Anzeige bekommt. So, das nun leider aus gegebenem Anlass, vorab. Und nun gehen wir zum Thema Euro. Leider bleiben wir dabei beim Thema Rechtsbruch. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Sie Sie alle nicht distanzieren, denn Sie grölen ja weiter. Das ist eine implizite Komplizenschaft mit Mordaufruflern. Nur, dass wir aber beieinander sind. Bleiben wir also beim Thema Rechtsbruch. Das ist der Euro. Praktisch alles beim Euro war und ist rechtswidrig. Das galt schon bei seiner Einführung 1991, 1992. Helmut Kohl, einer der Väter des Euro, hat zehn Jahre später zugegeben, dass die Einführung des Euro rechtswidrig war. Und undemokratisch. Er sagte, Zitat Kohl, die Einführung des Euro ging gegen das Volk. Ich hätte bei einem Referendum über den Euro keine Mehrheit bekommen. Ich war wie ein Diktator. Wie ein Diktator. Hört zu. Das ist das, wogegen angeblich Antifaschisten sind. Wo sind eure Aufmärsche gegen Kohl gewesen? Wo waren sie damals, was gesagt hat? Und Zitat Kohl weiter. 70 zu 30 hätte ich diese Abstimmung verloren um den Euro-Einführung. Ja, das ist die Lage. Es wird zugegeben. Das sind nicht meine Worte, das sind die von Helmut Kohl selbst. Und es gibt inzwischen viele, die es zugeben. Und insbesondere seit 2010 ist alles rechtswidrig. Die Euro-Rettung, die seit 2010 jeden Tag läuft, inzwischen über 15 oder 20 verschiedene Vehikel, ist durch und durch rechtswidrig. Jeder einzelne Tag. Und er kostet uns nach meiner Rechnung jeden Tag eine Runde Milliarde Euro. Das ist die Größenordnung. Nur Buchhaltungstricks in der Staatsbilanz. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe sie unter mir. Nur Buchhaltungstricks verhindern. Und natürlich das dröhnende Schweigen der Medien dazu verhindern, dass das publik wird. Sonst wäre der Euro schon längst abgeschafft, weil er keinen Support mehr hätte. Das ist die pro-europäische Dauerpropaganda. Die pro-europäische Dauerpropaganda. Zu den Medien komme ich vielleicht später noch. Und dann hatten wir Finanzminister Olaf Scholz vorige Woche im Bundestag. Und was sagt er? Er feierte, dass die Maastricht-Kriterien, europäisches und deutsches Verfassungsrecht zum Euro, die Basis des Euro, erstmals wieder eingehalten werden. Erstmals füge ich hinzu, seit 17 Jahren im Umkehrschluss bedeutet das, dass seit 17 Jahren Deutschland Verfassungsrecht gebrochen hat. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn braucht? Und das Gleiche gilt für die fast alle anderen Euro-Staaten. Praktisch keiner erfüllt diese Verfassungsvorgaben der Maastricht-Kriterien. Die Verfassungsvorgaben. Hundertfacher Rechtsbruch seit 17 Jahren. Anhaltend. Jeden Tag. Aber das stört euch nicht. Das stört euch überhaupt nicht. Wir sind hier die Rechtsstaatler. Und der Verfassungsschutz muss an dieser Stelle einschreiten. Genau diese. Und der nächste Sympathieträger auf der Regierungsbank. Außenminister Maas. Ebenfalls im Bundestag. Vorige Woche. Zitat. Das deutsche Interesse. Man hört und staune, er spricht vom deutschen Interesse. Das deutsche Interesse hat einen Namen. Es heißt Europa. Zitat Maas. Das muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Gemeint hat er natürlich EU-Europa. Er hat nicht Europa gemeint. Er hat EU-Europa gemeint. Und das ist was völlig anderes. Die AfD macht bei diesen Rechtsbrüchen nicht mit. Und ich gehe gleich noch auf mehr davon ein. Wir machen Politik für Deutschland und auch für den Kontinent Europa. Aber nicht für EU-Europa. Die SPD will das Einstimmigkeitsprinzip auf EU-Ebene aufgeben. Das Einstimmigkeitsprinzip. Das ist die Basis, die überhaupt noch den Nationalstaat möglich macht. Der Nationalstaat ist die Basis unserer Verfassung. Und wenn man ihn aufgibt und das geschieht mit der Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips, dann ist man indirekt und auch sogar direkt für die EU-Regierung, für den illegalen EU-Bundesstaat und auch für den EU-Haushalt alles schon gefordert, explizit. Sie machen es nicht mehr heimlich. Sie machen es offen. Es ist der offene Rechtsbruch. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn braucht? Und das ist noch lange nicht alles. Glaubt mir, der Fantasie dieser Supranationalisten, Supranazis, das müssten eure Sprüche sein, dann stimmt das sogar. Die supranationalistische Fantasie, das sind keine Grenzen gesetzt. Ein EU-Investitionsbudget, eine Steuer für die EU, rechtswidrig, glatt rechtswidrig, wird gefordert im Bundestag. Wir schlagen uns damit rum, jede Woche. Herr Schulz fordert die Bankenunion, er fordert die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. Das ist auch euer Geld, sofern er es nicht direkt von der Stütze bekommt. Jeder Netto-Steuerzahler, jeder Vermögensinhaber kann nur dagegen sein, gegen die Vergemeinschaftung der deutschen Steuereinlagen mit italienischen Pleitebanken, mit portugiesischen Zockerbanken oder mit griechischen international beherrschten Banken. Es ist alles unsäglich und es soll mit deutschem Steuergeld letzten Endes gerettet werden. Alles illegal, das ist der direkte Bruch der No-Bail-Out-Klausel, Artikel 125 EUV, EU-Verfassung. Verfassungsbruch, das juckt euch nicht, keine Weise. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn braucht? Europa bekommt also ein Besteuerungsrecht, staatliche Hoheitsrechte. Ich war gerade auf einer Euro-Konferenz in Wien und der EU-Kommissar Moskowitsi sagte wörtlich, Juncker sagte in seiner Rede zur Lage der Nation. Er sagte wirklich Nation. Die EU wird bereits als Nation betrachtet. Das ist glatt verfassungswidrig. Sie wollen es nicht, sie bekommen es trotzdem. Das ist leider das Prinzip dieser Bundesregierung. Es ist alles mehrheitsfrei, undemokratisch, es ist alles regelwidrig, illegal. Denn das Bundesverfassungsgericht, auf das wir uns berufen, ihr nicht, hat 2009 ganz klar geurteilt, dass die Nation als Kernbestandteil dieser Gesellschaft nationale hoheitliche Aufgaben behalten muss. Das ist geltend, das unabdingbare Verfassungsrecht. Wir vertreten den Verfassungsstaat und ihr nicht. Und ich versichere Ihnen, und vergessen Sie das bitte auch am 14. Oktober nicht, wir sind als AfD die einzige Partei, die sich dagegenstellt, gegen all diese Ansinnen, die ich bis jetzt schon aufgezählt habe. Und das ist ja nur die wirtschaftliche Seite. Der Aufwuchs, das Wachstum der direkten EU-Zahlungen dieses Jahr beträgt 13,5%. 13,5%. Das heißt, wir haben inzwischen 37 Milliarden. Das ist der Vorschlag von Herrn Scholz für 2019. Das ist Ihr Geld. Sie wollen das nicht, Sie bekommen es trotzdem. Dank CDU, SPD, Linken und Grünen. Sie werden alle dafür stimmen. Auch die FDP übrigens. Ein Kollege aus dem Bundestag von der CDU meinte neulich, Zitat, EU-Europa muss wieder mehr Strahlkraft entwickeln. Dieses EU-Europa mit seiner Regeltreue. Das ist Realsatire. Hier gibt es keine Regeltreue. Bei dem Euro schon seit 10 Jahren nicht mehr. Hier wird keine Regel mehr eingehalten. Und dann die mehr vom ausgeglichenen Haushalt. Also auch das ist absurd, weil die ganzen Euro-Rettungslasten und auch die Flüchtlingskosten nicht eindeutig eingebucht sind. Diese Mär ist lächerlich. Die hat in etwa den gleichen Wahrheitsgehalt wie Griechenland ist nun gerettet. Oder es gab Hetzjagden in Chemnitz. Hunderte von Euro-Rettungskosten, hunderte Milliarden Euro-Rettungskosten sind nicht im Bundeshaushalt. Zum Beispiel die der Nullzinspolitik der EZB. Auch das eine direkte Folge der permanenten Euro-Rettung. Und das sind nicht unter 300 Milliarden pro Jahr. Ebenso die ganzen Staatsgarantien an die Euro-Süd-Banken nochmal 100 bis 200 Milliarden pro Jahr. Sie wollen das nicht. Sie bekommen es trotzdem. Es ist auch nicht abgestellt. Und vielleicht als Nebeneffekt. Die Nullzinspolitik der EZB hat Nebeneffekte. Zum Beispiel die steigenden Immobilienpreise. Über die doch dieses gesamte Klientel, wahrscheinlich alle hier bis zum Marienplatz, sich permanent aufregen. Das ist auch eine indirekte Folge der Euro-Rettung. Aber nein, in völligem kurzfristigen Denken werden wir hier ausgepfiffen, der letzten Endes diesen Wahnsinn verhindern wollen. Aber ich gebe zu, ja, es ist nicht der einzige Grund für steigende Mietpreise und für steigende Immobilienpreise. Wir haben 1,5 Millionen zu 97 Prozent illegale Neubürger seit 2015. Was meint ihr, wo die alle wohnen? Was meint ihr? Natürlich wohnen sie irgendwo. Es sind netto 300.000 Neubürger pro Jahr. Eine Großstadt. Die müssen alle irgendwo wohnen, denn zurück geht keiner. Ja, wo sollen sie denn wohnen? Wer baut diese Großstadt, die in keinem Feststellungsverfahren, in keiner Bauplanung jemals vorgesehen war? Und dann wundert ihr euch, wenn die Mietpreise steigen. Es ist so lächerlich. So lächerlich. Eine Großstadt pro Jahr. Und das Einzige, was linken Parteien dazu einfällt, ist, jetzt machen wir eine Mietpreisbremse. Ein sozialistisches Konstrukt von 1936. Da ist es erfunden worden. Die Regierung löst Probleme, die es ohne sie nie gegeben hätte. Und damit auch die CSU nicht so ganz kurz kommt. Sie ist ja immer noch vor uns. Die einzige Partei, die noch vor uns ist. CDU, CSU. Noch. Aber wenn die Leute wüssten, was die CSU insbesondere in Brüssel treibt, in Brüssel, was meinen sie, was dann los wäre? Dann würde rauskommen, dass Herr Weber, CSU-Vize und Nachfolger von Herrn Juncker demnächst gesagt hat, vor noch nicht einmal vier Wochen, Europa darf sich nicht abschotten. Ich fordere ein umfassendes Resettlement-Programm für nach oben unbegrenzte Mengen von Zuwanderern. Hat er gesagt, das wäre das Ende von Artikel 16a Grundgesetz, der sowieso nicht mehr gelebt wird. Das wäre das Ende der Dublin-Regelung, die uns noch ein bisschen schützt vor uferloser Zuwanderung. Die CSU stimmt in Brüssel für die Nachfolgeregelung Dublin 4. Uferlose Zuwanderung wird damit möglich. Sie wird auch für das Marrakesch-Abkommen von Dezember stimmen. Resettlement ohne Ende, alle illegale, heute noch illegale Zuwanderung wird dann legalisiert, es wird kein Halten mehr geben. Und ihr selbst, sofern ihr irgendwie weiblich oder, naja, liberal oder gar schwul seid, werdet von der Masse an islamistischen Neubürgern überrannt werden. Ihr schreit gegen eure eigenen Interessen, ihr wisst es nur noch nicht. Und dann heuchelnd, in einem, ich meine es ist ja inzwischen bekannt, dass die CSU heuchelt, dass Herr Seehofer heuchelt. Und er spricht ernsthaft immer noch von der Herrschaft des Unrechts, seit drei Jahren. Damit hat er ja sogar Recht. Das ist ja mal einer der wenigen Punkte, wo er wirklich Recht hat, Herrschaft des Unrechts. Ich will jetzt heute nicht über Flüchtlinge sprechen, aber es ist völlig eindeutig. Wir haben das schriftlich vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, von Herrn Papier, ehemaliger Verfassungsrichter. Wir haben es schriftlich vom OLG Koblenz. Es gibt hunderte von Verfassungsrechtlern, die das so sehen. Selbst die Bundesregierung kann es nicht anders erklären. Es ist latenter Verfassungsbruch an dieser Stelle. Und die CSU weiß es, Herr Seehofer sagt es, die Herrschaft des Unrechts. Und doch macht sie in Brüssel genau das Gleiche, das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Nur die AfD wird sich dagegen stellen, wir werden noch 2018, hoffentlich noch rechtzeitig, eine offizielle Kampagne gegen das Resettlement-Programm fahren. Sie wird übernächste Woche einlaufen. Und ja, wir müssen das selbst tun. Und wir sind nicht weniger. Wir sind gute Demokraten, insofern akzeptieren wir, dass wir mit 18% noch nicht viel mehr sind als die anderen. Aber mit der schweigenden Mehrheit ist es schon fast Pari. Und Sprüche da hinten, wie wir sind noch mehr, sind einfach nicht mehr wahr. Wenn hier drei Fass Freibier herangekarrt werden oder wie in Chemnitz, Freifahrten von Flixbus oder Freibier und Freikola von der Firma Coca-Cola, dann kriegen Sie immer 50.000 Leute hier, auch wenn es keine Musik war, was dort gespielt wurde in Chemnitz, sondern eigentlich nur Gewaltkrawall. Das ist völlig klar. Vielleicht für die Nichtwissenden, was wurde denn in Chemnitz gesungen? Also inzwischen hat sie es ja rumgesprochen. Es war ohnehin kein Singen. Bullenhelme sollen fliegen. Eure Knüppel, das betraf die Polizei, bekommt ihr in eure Fresse. Tötet die Mutter, vergeht euch an der Fehlgeburt. Das ist die Qualität dessen, was sogar der Bundespräsident dieses Landes promotet hat. Es ist unfassbar. Schämen Sie sich auch, Herr Bundespräsident. Und das sage ich wohlgemerkt. Ich sehe ihn übermorgen persönlich in Schloss Bellevue. Und ich habe es ihm bereits ins Gesicht gesagt. Ich muss übermorgen nach Bellevue, weil es eine Arbeitssitzung zu seinem eigenen Haushalt ist. Wir müssen das ertragen. Aber es ist absolut unglaublich, welche Über-Unparteilichkeit jemand hat, dessen Amt weit drüber stehen sollte und der unparteilich sein müsste. Absolut unglaublich. Und so bleibt uns heute nichts übrig, wenn die Institutionen alle versagen, es selbst zu tun. Wir müssen über Petitionen, über Demonstrationen, über die Landtage, demnächst den Bayerischen Landtag und im Bundestag selbst diese Wahrheiten aussprechen. Die ökonomischen ebenso wie die rechtsstaatlichen. Wir müssen es aussprechen, dass auch das Verfassungsgericht wird uns leider nicht helfen. Der oberste Rechtssprecher, Herr Voskuhle, vom Bundesbefassungsgericht in Karlsruhe, hat seit 1995 ungefähr und auf jeden Fall seit 2005 und seine Vorgänger schon seit 1993 niemals wirklich recht gesprochen bei der Euro-Einführung und bei der Euro-Dauerrettung. Und das Gleiche ist bis heute bei der Zuwanderung. Wir haben im Bundestag die Ersten, die es ermöglicht haben, dass die illegale Zuwanderung seit 2015 im Bundestag auch nur diskutiert wird, war die AfD-Fraktion und niemand sonst. Und im Verfassungsgericht werden alle klagen. Es gab hunderte von Klagen gegen diese Dame für ihr Verhalten 2015. Sie wurden alle noch nicht einmal zur Verhandlung angenommen. Das müssen Sie sich vorstellen. Und Herr Voskuhle sagt, und das ist ein Zitat noch gar nicht alt, mit einer Herrschaft des Unrechts hätte das Handeln der Bundesregierung selbst dann nichts zu tun, wenn die Bundesregierung illegal gehandelt hätte. Das müssen Sie sich vorstellen. Es war vielleicht Unrecht, aber Herrschaft des Unrechts war es nicht. Das sagt derjenige, der uns verteidigen soll. Und deshalb müssen wir auf die Straße, deshalb müssen wir in den Landtag und deshalb brauchen wir auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und nochmal zu den Kosten. Alleine nur die offiziell zugegebenen Kosten der Immigration entsprechen der Summe der Haushalte, der Ministerien für Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Umwelt und des Äußeren. All das ist genauso schwer und dieser Bundesregierung genauso viel wert wie die Goldstücke aus Arabien und Afrika. Und es ist nicht so, das sage ich Ihnen jetzt als Haushälter, dass kein Geld da wäre. Erstens haben wir ein super hohes Steueraufkommen, rekordhoch. Noch nie wurde Ihnen so viel abgenommen, dazu komme ich gleich noch. Aber man hat Geld für, ich zitiere, Distriktentwicklung in Ghana, Geschlechterentwicklung in Mosambik oder Wohnraum in der Ukraine. Und ich könnte Ihnen jetzt den ganzen Abend füllen mit Hunderttausenden solcher Positionen, das ist keine Übertreibung. Und man hat Geld für die Türkei, das heißt in diesem Fall für Diktator Erdogan, zugleich völkerrechtsbrechender Angriffskrieger in Syrien. Das muss man so sagen. Aber die Bundesregierung hat kein Problem damit, ich habe es erst vorige Woche wieder auf den Tisch bekommen, eben 500 Millionen zusätzlich noch zu bekommen. Das war nie im Parlament, das geht noch über das hinaus, was gegen unsere Stimmen beschlossen wurde. Also so ist das. Aber die Bundesregierung hat kein Problem, weil es inzwischen praktisch selbst schon Kriegspartei in Syrien, übrigens auch in Saudi-Arabien. Vorgestern hat die Bundesregierung eine ganze Latte von Rüstungsdeals mit Arabiens genehmigt. Das ist das, wogegen ihr normalerweise auf die Straße geht. Und heute schreit ihr gegen uns, die wir das anprangern. Wir, mit diesen Waffen, führt Saudi-Arabien einen Angriffskrieg gegen den Jemen. Das findet in diesem Moment statt. Wo sind die Friedensaktivisten, wenn man sie mal bräuchte? Wo seid ihr da? Das könnt ihr nicht gegen die richtigen Aufstehen. Hier sterben jeden Tag Leute mit diesen Waffen. Wo ist euer Protest dagegen? Da müsst ihr klatschen. Und wo ist natürlich auch hier der Verfassungsschutz? Denn auch das ist in unseren Augen verfassungsrechtlich hochgradig bedenklich. Wir sind uns übrigens an dieser Stelle sogar mal einig mit einigen noch vernünftig denkenden Menschen der Linken im Bundestag, die genau das Gleiche sagen. So, nur noch mal zur Klarstellung für die Presse, damit da jetzt auch gar nichts morgen falsch zitiert werden kann. Das ist die AfD-Position, das ist die Rechtslage und das ist auch die moralische Lage. Und da beziehe ich mich zum Beispiel auf den Historiker Winkler, ein durchaus linker Historiker, der gesagt hat, die Rettung von sogenannten Flüchtlingen verpflichtet nicht, Menschen auch einwandern zu lassen. Dieser Humanismus der Rettung hat nichts mit der dauerhaften Aufnahme dieser Leute hier zu tun. Wer seine Haustür verschließt, der hasst nicht alle da draußen, sondern der liebt die da drinnen. Die Amerikaner haben das Sprichwort schon seit Hunderten von Jahren, schon seit der Frontier vor 300 Jahren. Good fences make for good neighbors. Und das ist alles, was wir hier auch einfordern. Wir sind nicht fremdenfeindlich, wir sind gegen feindliche Fremde. Und nochmal zum Steuerstaat. Ich vermute ja doch, dass es doch wenige Nettosteuerzahler gibt hinter dieser Abschränkung, aber für die anderen jetzt. Deutschland ist ein ausufernder Steuerstaat. Der Bund alleine kassiert 400 Milliarden Euro. Mit Länder- und Gemeindensteuern sind es mehr als eine Billion pro Jahr. 54 Cent von jedem Euro kassiert der Staat. Sie alle, das hat der Steuerzahlerbund, stellt das jedes Jahr neu dar, haben ungefähr bis zum 20. Juli dieses Jahr nur für den Staat gearbeitet. Wenn man aber wollte, also wenn man denn wollte, dann wäre unglaublich viel Geld da. Für Schulen, für Pflege, für Verkehr, für Familien, für Breitband, für die Rente. Oder auch mal für die Schuldentilgung, könnte man auch dran denken. Oder eben auch für Steuersenkungen. Das aber schlägt nicht mal die CSU vor. Nicht in der besten aller Welten. Und die SPD, die schafft es tatsächlich in diesem Umfeld, Steuererhöhungen zu fordern. Herr Kahrs und Herr Scholz eben erst. Was sollen wir da noch sagen? Selbst nicht mal der Soli. 30 Jahre nach der Einheit soll abgeschafft werden. Die SPD behauptet, dass immer 50% des Aufkommens will auch sie dauerhaft erhalten. Dann auch noch 35 oder 40 Jahre nach der Einheit. Und Herr Dobrindt von der CSU sagte vorige Woche im Bundestag, die Grünen würden die Abschaffung des Soli verhindern. Also nun bin ich jetzt kein natürlicher Verteidiger der Grünen. Nicht wirklich. Aber an der Stelle sind ausnahmsweise mal die Grünen nicht schuld. Die sind zwar auch gegen die Abschaffung des Soli. Das ist immer für Etatisten durch und durch. Wollen immer noch mehr Steuergeld. Aber sie haben nur 9%. Verhindern tut es die GroKo mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD. Es ist das uralte Verhalten der Union, der CSU, speziell in Bayern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich beobachte das seit 40 Jahren. A sagen, B tun und Dritte beschuldigen. Das Fazit beim Euro und bei den deutschen Finanzen. Wir erleben überall Verschwendung. Ideologie, wir erleben überall die Heuchelei von der sogenannten Verteidigung des Rechtsstaates und der Liberalität. Dass ich nicht lache, gegen die angeblich pösen Gefahren von rechts. Absurd, es ist nicht von rechts. Der Rechtsstaat wird von der Regierungsbank, von den Altparteien und durchaus auch von euch gefährdet. Das ist das, was vom Verfassungsschutz inzwischen tatsächlich beobachtet gehörte. Und zum Glück muss man ja sagen, wird ja auch die Antifa beobachtet. Es ist inzwischen so weit. In den USA ist der Club inzwischen schon verboten. Ja, das ist das. Beim Euro und bei den deutschen Finanzen ist nichts nachhaltig. Diese Party wird enden und dann wird sich zeigen, wie nackt die Große Koalition und diese verantwortungslose Regierung dieses Land hinterlassen wird. Nach uns die Sintflut. Regiere jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Eines Tages könnte und wird es wahr sein. Ich versichere Ihnen, eines nahen Tages wird es wahr sein. Aber lassen Sie uns diesen Tag schneller herbeiführen. Holen Sie sich Ihr Land zurück. Jeden Tag und in Ihre Nachbarschaft. Machen Sie den Mund auf und wählen Sie uns am 14.10. in der Wahlurne. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine friedliche Wiesn. Pfiat euch! Herzlichen Dank, Peter Böhringer, für deinen Vortrag. Wie gewohnt, gespickt mit Sachkenntnis, tiefenfundiertem Wissen und guten Argumenten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.